Musik 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 Jetzt hat es ins Radlager zusammengehaut. Musik 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 Ich glaube, wir brauchen eine Mitwohnung. Jetzt sind wir vielleicht schneller, moderner, aber auch nochmals schon. Derweiler hört mir, derweiler backholen. Derweiler hört mir und schwarzt den Weilerhof. Servus, ihr habt das alle mitgekriegt. Karre verregt, ich war nicht dabei. Aber wir haben eine super Magic gefunden. Ich hätte es auch nicht richten können. Jetzt sind wir im Hof bei der Brauerei. Meindl, super gutes Bier, super nette Leute. Und jetzt stellt euch vor, wir dürfen mit der Karre weiterfahren. Das wird der neue Bandbus. Fast so blau wie der andere. Jetzt schauen wir einfach. Die Leute warten, die sind wahnsinnig drauf. Es sind 200 Leute da. Wunderschöne Kulisse. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und dann spielen wir. Wir sind viel gespart dran. Aber das packen wir. Auf geht's. Ein Bieranhänger. Den nehmen wir einen Tätl mit. Der Tätl gefreut sich. Den hängen wir hinten an. Ich sag's euch, heute ist was los. Jetzt zeig euch noch. Industrie-Roman. Brauerei-Roman. Das ist Magik. Das ist Magik. Wir müssen Magik. Wir müssen Magik. Ich spreche ihn dazu. Ich spreche ihn dazu. Ich bin der Magik hier in jedes Dorf und jedes Haus. Die Magik Magiks, die stehen langsam. Brutal. 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 Ein Wahnsinn. Es ist ein einziger Wahnsinn. Es ist nur noch Magik. Aber es hilft nichts. Wir müssen jetzt zusammenpacken, weil wir müssen weiter. Servus. Magik. Servus. 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 Servus.